Und wieder ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Age of Arkend mit dem Tobi und dem Flo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Schlafenszeit. Nein. Doch, geht's schlafen. Erstmal Bäume füllen. Oh, halt die Fress und geh schlafen. Dann mach ich ja mehr Zeit. Schlafen, 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 schlafen. Atta. Atta, Atta. Ich dachte, ich hab keine Workbench. Sag mal Bescheid, wenn du im Bett bist, Flo, ja? Naja. Sind bloß nur drei Bäume. Ich müsste dich ja sehen. Ich glaube, du warst da hinten, ne? Ja, okay. Dann kann ich hier noch eben mit meiner neuesten Technologie hier ein bisschen die Gegend verschönern. Könnt ihr jetzt schlafen gehen, bitte? Alter, einfach nur kurz schlafen gehen. Ist gleich gemacht. Das könnt ihr auch am Tag machen, eure scheiß Bäume fäll. Los jetzt. Danke. Er lässt sich so viel Zeit. Alter, nee, dann geh ich jetzt auch nicht schlafen. Ich bin auf dem Weg. Nee, jetzt hab ich keinen Bock mehr, nee. Das ist mir jetzt zu doof, jetzt mach ich jetzt im Dunkeln, ey. Nein, lass mal schlafen gehen. Nee, nee, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Nee, dann halt nicht. Nee, jetzt nicht. Ich will sowieso Keller ausbauen, deshalb... Ja, halt die Fresse. Okay. Freunde, wir müssen den ganzen Scheiß hier nochmal abmachen, ne? Was? Ja, hier im Mainz, ne? Halt, obwohl, warte, das ist ja über den Bäumen. Nee, doch. Müssen wir alles abmachen. So, mach. Ja, ich muss die Dinger hier nochmal abmachen, weil... Ach so, ja, ja. Und wie willst du das dann machen, anschließend? Siehst du schon. Kein Stress, ja. Kein Stress, ja. Und ich würde... Ach so, das sind schon Bricks, okay. Ich dachte, du hättest da die normalen Steine reingemacht, weil das wäre dann Verschwindung gewesen. Hä, was laberst du da? Leute, ihr wisst, was ich meine, oder? Hältst du mich bitte in Ruhe? Okay. Ich weiß nicht, was du meinst, nein. Ich dachte, du wolltest ne Looting-Folge machen. Ja, nee, heute nicht. Doch nicht? Nachher. Alles klar. Morgen? Gepflegt erstmal. Ähm, ich brauch erstmal Erde. Oh, fertig. Erde, 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 Erde. Ich brauch Erde, Erde, Erde. Ich brauch Erde, Erde. Hey. Hallo. Wieso habt ihr alles solche voll OP'n Rüstungen und ich nicht? Ja, weil du... Fuck. Alter, du hast ja schon so Rüstungsständer gemacht. Weißt du, wie man die macht? Wie heißen die, oder besser gesagt? Nein, 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 sag's ihm nicht. Nein, hör auf. Ich weiß doch selbst nicht, wie die heißen. Musst du mal einen abbauen, warte. Wie heißen die? Hat mir jemand... Ah, genau. Ja, ich hab Erde. Ja, geh mal her. Ah, so leicht macht man die, bock. Geil, ich mach mir auch welche. Äh, ja, geh an meine Tour. Äh, an meine Tour. Nee, brauch ich nicht mehr. Okay. Danke, Flo. Sollte, brauch ich mir das Ding mal. Ich brauch... Ich muss ja keinen Block drunter setzen, oder? Doch. Wo drauf? Äh, ja, Tobi, muss ich einen Block drunter setzen. Äh, du... Das einzige, wie du es machen könntest, ist, wie ich vorhin... Ich lass halt jetzt unten einen Block offen. Äh, frei. Nein, 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 nein. Du musst es... Entweder musst du die Half-Slaps links und rechts... Musst du ein höher machen, oder du machst die... Ja, genau. Oder du machst die auf derselben Höhe wie die Half-Slaps. Ja, schon, aber... Muss drunter etwas sein? Nein, nein, nein. Da kannst du einfach leer lassen, den Halben. Also, dann passt das ja. Ja, so geht das. Ja, aber da muss ich die grauen Half-Slaps höher machen. Aber, aber ich würd, äh, sagen, das machen wir nicht überall, weil sonst... Warte mal, hast du Half-Slaps mit, die, äh, grauen hier? Äh, nein. Na, warte mal, ich hol die mal eben. Weil ich dachte, dass wir den Weg dann so machen, dass wir immer einen freilassen und dann wieder einen Doppelblock. Weißt du, wie ich mein? Frei-Doppel, frei-Doppel, frei-Doppel. Nein, ich weiß nicht, wie du meinst. Boah, ich muss immer alles zeigen. Der Stunt ist noch auf der Grundschule und... Nein, warte, warte. Was willst du von mir? Lass mich doch bitte in Ruhe. Alter, ich hab kaum noch Steine, glaub ich. Das ist so schrecklich. Ladiladiladilu. Ladio. Ladio. So. Dann sieht das bullshittiger aus als vorher, aber... Okay. Ja, man kann's ja nicht anders machen, das ist wegen dem Böden Schnee. Oh, glüh mir. Glüh mir umschön. Ladiladiladiladio. Bist du im Fußballfieber oder was? Ladio. Sorry. Na, jetzt ist hier voll im Fußballfieber. Hab ich nicht... Ich hab doch in der letzten Folge Kohle gesammelt. Wo ist die A hier? Wir sind behindert. B-B-B-Behindert. Wir sind behindert. B-B-B-Behindert. Alter. Das geht. So ist das... B-B-Behindert. B-B-Behindert. Bist du noch draußen stand? Wo bist du? Ich komm gleich. Weil du bist behindert. Du musst das wieder auf dich beziehen. Nein, nein, nein. Ihr seid behindert. B-B-Behindert. Ich glaub, ich leg mal eben den Skype auf. Warum ist hier eine Fledermaus? Warum bist du den Skype auflegen? Was soll der Scheiß? Weil du behindert bist. B-B-Behindert. Wirklich? Was? Wo bin ich? Jetzt bist du... Jetzt komm jetzt. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Jetzt hab ich ein paar mehr gemacht. Dann kann ich es dir besser zeigen. Jetzt will ich nicht mehr. So, ich bin da. Nein, 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 warte. Doch, genau so will ich es haben. Warte. So, Tini Wittler ist wieder am Werk. In-Designerin. Er macht es wieder kaputt. Er macht wieder... Er macht wieder alles kaputt. Oh, mein Gott. Oh Gott, er will... Kann man das nicht so machen? Kann man das nicht so machen? Dass man immer so mal einen weglässt. Das sieht behindert aus. Das sieht nicht behindert aus. Hallo, wir sind doch nicht in der Ritterburg hier. Es werden doch keine Zinnen werden hier. Boah, was bin ich mit dem ganzen Marble, Alter? Oh, gib her, gib her, gib her! Oh ja, ist aber diese komische Cobblestone. Ja, man kann's von mir aus auch so lassen. Ihr will so lassen. Ich hab Marble, glaube ich, auch noch ein bisschen. Das brauch ich aber für meinen Weg. Da hab ich kaum was... Ich weiß gar nicht, wie viel ich hab. Muss ich mal gucken. Es gibt so vieles, was ich noch brauch. So sieht's schön aus. So sieht's schön aus. Ah, hier ist Marble, hier ist Marble... Ah doch, da hab ich aber reichlich. Bei mir leckt halt übelst, aber okay. Bei mir eigentlich nicht, aber... Der Server jetzt, oder was leckt bei dir? Bei mir leckt allgemein. Also, mein PC leckt grad hier. Du leckst deine Pfoten. Ähm, ja. Aber... Gib mal Marble jetzt her! Was, gib mal Marble? Ich brauch's selbst! Rede mit dir! Ja, komm doch her! Nein, sag nein, Apes, sag nein! Ach, ich brauch das eh nicht. Eben! 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 Das braucht der Flo eh nicht! Ich brauch alles nur mit Dörte aus, deshalb. Mit Dörte! Okay, das geht nicht, aber das geht. Er baut alles mit Dörte aus! Ja, wie schreibe ich denn jetzt den scheiß Chocobo auf dich um? Ja, so wie wir es schon versucht haben. So. Ja, aber wahrscheinlich jetzt einfach nur daran, dass du online sein musst. Ja, genau. Das glaube ich nämlich auch. Ah, ja, genau. Jetzt kann ich... Ah, jetzt kann ich dich anklicken. Aha! Gucke mal! Aha, jetzt bist du auch ne A. Aha! Sauber! Danke! Du Penis! Boah, hab ich jetzt viel von diesem Marble-Zeugs. Oh, daraus mach ich jetzt in meinen Boden. Wobei das gar nicht so schön aussieht, wenn ich meine... Oh, Rian! Ich komme! Du hast ein verfolgtes behinderte Haus hier. Wir haben uns alle beleidigt, ne Christophs mit Flo? Ja, ich bin genauso. Mich hast du noch nie beleidigt. Doch. Nein. Indirekt, du weißt es nur nicht. Also du hast einfach nur neun Marble-Koppels, du wirst mich verarschen. Das heißt also, man lästert über mich, ja? Ich glaube, ich zünde mal eure Buche an. Hallo. Ich war noch nicht an der Truhe. Und du findest mich jeden nicht deshalb. Wo bist du? Ich finde dich. Ah ne, ich glaube ich mach... Ich hab ne Idee. Hey, hey, hey! Hallo! Wie konntest du mich finden, Magie? Wie? Ja, weißt du nicht. Kannst ja alles abbauen hier. Hast du deinen Namen aufgelinst? Ja, hast du da... Ich hab gezaubert. Warlhack angehabt. Ja. Immer. Ich hab nichts besseres zu tun, als im Warlhack... Alter! Als im Minecraft zu hacken. Ich hab gesagt, ich hab voll die Quelle hier. Hab ich dich jemals belogen. Ja, jetzt hast du auch ein Tageslecht. Ja, toll. Baut doch schön, man bergt aus. Ja, ich hab dir nur ein Fenster gemacht, Alter. Boah, wie es leckt einfach. Alter! Du weißt schon, wenn es einmal anfängt zu decken, wird es asynchron. Na ja, was wird asynchron? Das Video. Scheiß wird das asynchron. Der mir nie. Ah, steht. Na, leider. Mit OG ist das mal jetzt mal echt asynchron. Ach, ist mir egal. Jetzt mit schönem Gezwitscher im Hintergrund. Da kann ich jetzt aber leider nichts dran ändern. Warte mal, ich könnte ja Ding ausmachen, Shader. Ich weiß nicht, warum, aber... Ja, jetzt läuft's. Hallo, kannst du mal das aufheben? Ich werfe extra aus hinter dich und du rennst weg. Was, wo? Ja, Hallo. Guck mal, da sind Blöcke, die drehen sich auf den Boden. Oh, ohne Shader läuft's sogar. Ausnahmsweise mal. Ja, Shader ist scheiße, wie wir das schon mal versucht haben, dir zu erklären. Hey, normalerweise lief's ja immer mit Shader. Ich weiß aber nicht, warum. Shader läuft bei mir immer. Zurzeit irgendwie spackt mein PC rum, ich weiß nicht. Okay. Ich bin neu aufgesetzt, was? Ja, seit ich ihn neu aufgesetzt hab, das ist voll komisch. Ja, aber ich, äh, äh, muss mal ganz kurz hier einen Cut setzen. Ihr macht einfach nochmal weiter, weil ich muss eben die Vögel ruhig machen. Sonst, das hört man zu krass bei mir. Er tötet sie. Nein, nein, also ich mach hier einen kurzen Cut, ihr macht einfach ganz normal weiter. Ich spring auch kurz aus Skype dann raus, weil sonst ist das irgendwie komisch. Ich spring kurz aus dem Fenster raus. Ja. Ne, also bis gleich, Leute. So, und weiter geht's, liebe Leute. Ich würd sagen, ich ruf mal direkt wieder die beiden Jungs an. In der Hoffnung, dass sie sofort abnehmen. Hallöchen. Hallöchen. Jo. Wenigstens einer, der mich begrüßt. Ich hab doch Hallo gesagt. Ja. Auf seine Art und Weise. Ja, das stimmt. Eben. So, ich mach mal die Musik wieder an. So. Jetzt müsst ihr automatisch länger machen, weil ich erst 10 Minuten jetzt hab. Scheiß. Ich perne jetzt meine Folge gleich. Ja, ich auch. Danach ist auch für mich hier Feierabend. Okay. Ist ja nicht schlimm, wenn ihr einfach rausjoint. Ja, wie machen wir's dann noch? Machen wir nochmals? Ja, also ich muss jetzt eben noch, also, so lange zu Ende aufnehmen. Bis ich meine Minutenzahl erreicht hab. Du könntest ja deine schon anfangen zu anmoderieren. Oder wie man das auch nennt. Und dann join ich einfach dann hinterher wieder rein. Super. Ja. Ist halt kein Wunschkonzert immer hier, ne? So. Das stimmt, ja. Du kannst mir auch einfach schreiben, wann du mit deiner Dinge jetzt fertig bist. Und wir fangen gemütlich ne neue an, ne? Ja, oder so. Ja, da siehst du immer. Giorno, was sagt ihr Tic Tac? 16 Minuten. Oh, das ist eigentlich... Das halbe Haus ist einfach abgerissen. Welches? Das haupte Haus. Ach, das bist du grad wieder am... Ey, ich reiß das grad komplett ab. Weil's mir einfach so behindert gefällt, ey. Das ist so behindert einfach, das Haus. Aber die Grundstruktur müsste doch fast bleiben, oder nicht? Scheiß bleibt ihr, die kommt weg. Alles zerstört. Ja, echt so. Wir dürfen's ja noch nicht umpflanzen. Ich mein... Pflanzen. Ja, pflänzt du etwa nicht? Häusse? Mh, mh, mh. Ah doch, jetzt wo du's nochmal so erwähnst. Stimmt. Ja, alter. Der scheiß Amboss, ey. Da bleibst du voll hängen bei dem Amboss. Wah! Jetzt bin ich ins Loch geflogen. So, und bevor es hier gar nicht mehr aufhört zu lecken, beende ich jetzt mal meine Folge, liebe Leute. Jo, mach das mal. Weil das kann nichts sein. Hier leckt's ja ungemein. Ja, äh, äh, mh, 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 mh. So. Und deshalb, ja, beende ich meine Folge hier und dann gucken wir, was wir in der nächsten Folge machen, ob wir jetzt hier weitermachen. Eigentlich müssen wir hier sogar weitermachen, weil irgendwie ist das hier komplett offen alles. Ja, dann musst du jetzt nächste Folge weitermachen. Äh, ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Haut's rein, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Von mir geht's noch weiter, ne? Ach du hast auch mit deine Auf... Ich bleib jetzt gerne bei dir noch in der Auf... also in deiner Aufnahme zum Reden. Ja, das kannst du gerne machen. So, ja, hallo, hi. Ja. Was machst du denn grad schönes? So. Ich baue grad Etagen in mein Haus herein. Herein. Aber... Hast du deine Part ist fertig mit drin, dann guck gleich der nächste, ne? Das, äh... Schöne großen E7. Ja, bald hab ich einen, bald. So, Chromhelfer weg. Alter. Alter, es sind so behinderte Sachen im Hintergrund, die hier gar nicht laufen sollten. iTunes Helfer... Ja, lieber vorher vernünftig alles schließen, ne? Raptor Desktop App. Alter, den Scheiß braucht doch kein Mensch. So, das Problem ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange meine Aufnahme geht, aber das müssen jetzt... Ungefähr 5 Minuten hab ich noch. Nein, ich hab einen Full HD aufgenommen. Scheiße. Oh nein, wie schlimm. Ja, jetzt muss ich das jetzt wieder runterrendern. Das dauert immer Ewigkeiten. Penis. Oh je. Armes Bübchen. So. Armes Bübchen, armes Bübchen, lalalalalala. Ah, ich glaub ich mach das mit Leitern. Hier ne Wendeltreppe reinzumachen wär zu... Sehe zwar geil aus, würde aber nicht sehr viel bringen bei so wenig Platz. Deswegen mach ich einfach ne Wendeltreppe. Ne Wendeltreppe? Ach, Wendeltreppe. Ach, eine Leiter. Ich hab grad nur Wendler verstanden. Guckst du viel Dschungelcamp, wa? Ja. Wär nicht. Jetzt hab ich zwei hässliche schwarze Striche oben und unten. Äh. Sieht so eklig aus. Ich hab immer immer zwei hässliche Striche oben und unten. Oder ich renne grad einfach in Full HD. Dann tu das. Dann dauert das Dauer, ne Viertelstunde. Oh nein, wie schlimm. Jaha. Jetzt müsste ich alles noch ein... Na shit. Ja, dann muss ich in Full HD machen, dann sieht das eklig aus. Und die anderen Folge sind alle nur auf dem normalen HD gewesen? Ja. Okay. Ist jetzt natürlich fuck, aber... Da freuen sich alle bestimmt. Da haben wir nicht schauen. Da hab ich mir damals auch gedacht, wo ich erst Full HD ein Video gebracht hab. Oh, es freuen sich alle. Alter, was ist das für ein Scheiß? Diese Chrome Helper öffnet sich immer von alleine wieder. Alter. Wie hoch ist das denn jetzt? Ich muss eben zählen. Eins, zwei, drei, vier hoch und dann... Kommt hier wieder mein schöner Weg hin. Eins, zwei, drei, vier. Und dann kommt hier wieder der Weg hin. Behindert? Irgendwie? Ja, hier sind Striche, Alter. Überall Striche, oh mein Gott, Striche. Floll im Rage-Modus. Das muss auch weg. Dx-Tory, warum schneidest du da zu scheiße? Ja, wunderbar. So, Dille. Ich denk mal, ich mach das jetzt noch schnell zu Ende und dann war's das hier auch für mich. Boah, ich muss hier noch richtig viel verschieben und alles, das passt alles vorne und hinten nicht. Schauen wir mal. So. Dann kommen da wieder die Leitern hin. Pum. Die kann ich zum Glück wieder raushauen. Na, oh Gott, ich brauch jetzt schon wieder Steine, man ist das so schrecklich. So, neuer Titel. Ähm, Musik. So, krass. Ähm. Tja, das muss dann auch weg. Das hat hier sowieso nichts mehr zu suchen. Hier könnte man aber so einen geilen Eingang reinmachen, ne? Boah, ich hasse. Das ist ne ganze Leggy-Folge grad. Ja, ja, das ist ehrlich scheiße. So, das kenn ich. Ach, jetzt hab ich noch nirgends mehr genug Steine. Dann muss ich noch mehr schmelzen und sammeln. Aber ich würd sagen, das mach ich in der nächsten Folge. Jo, ich hoffe es hat euch gefallen. Und damit bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Oh, tschau.